Muss es wirklich sein? Ich habe die Regeln nicht gemacht. Selbst wenn sie mir gefallen, bringen wir es hinter uns. Es gibt große Neuigkeiten zur PC-Version von Forza 6, zu Gears of War und zu Quantum Break. Uncharted 4 wurde mal wieder verschoben und Rock Band 4 kommt auf den PC, wenn ihr dafür bezahlt. Hossa Internet, ich bin Schandmaul Obermeier und das sind die News. Gestern war es noch ein Gerücht, heute hat es Microsoft schon offiziell bestätigt. Forza Motorsport 6 kommt auf den PC und für Windows 10 Spieler ist das ganze kostenlos. Es trägt den Titel Forza Motorsport 6 Apex und wird eine Free-to-Play-Version. Die ist aber deutlich abgespeckt im Umfang im Vergleich zum Xbox Original. Statt 450 Autos sind es nur 65 Autos und statt 100 Strecken sind es nur 20 Strecken. Trotzdem bietet die PC-Version exklusive Inhalte, nämlich DirectX 12, Grafikeffekte und 4K-Auflösung. Von der Xbox One übernommen wird das Drivatar-Feature und Forza Vista. Außerdem hat Microsoft auch angekündigt, was vor einigen Wochen noch ein Gerücht war, nämlich dass Gears of War, die Ultimate Edition, ist ab sofort erhältlich im Windows 10 Store. Allerdings nur außerhalb von Deutschland. Bei uns ist das Spiel immer noch indiziert und außerhalb von Deutschland kostet es 29,99 Dollar. Dann gibt es außerdem von Microsoft noch Informationen zum nächsten PC- und Xbox One-Actionspiel Quantum Break. Die dürften aber nicht jedem gefallen, denn wie Microsoft erklärt hat bzw. Remedy im Gespräch mit der Webseite Game Informer erklärt hat, werden die Realfilmszenen des Spiels, die eng mit der Handlung des Spiels verwoben sind, nicht auf der Disc enthalten sein. Das heißt, man muss diese herunterladen bzw. direkt übers Internet streamen. Bei der Xbox One hat man die Option, die Videos auf die Festplatte der Konsole runterzuladen. Am PC müssen alle Videos gestreamt werden. Remedy erklärt das damit, dass zum einen die Auflösung der Videos sehr hoch ist und damit die Dateigröße entsprechend groß ist. Bei der PC-Version sind es bis zu 4K-Auflösungsvideos und zum anderen die Anzahl der Videos, da es eine verzweigte Storyline ist, gibt es für jedes Ereignis mehrere Eventualitäten und die hätten unmöglich auf die Disc gepasst. Quantum Break kommt für PC und für Xbox One am 5. April in den Laden. Uncharted 4 kommt nochmal später. Wie Sony ankündigt, wird das Spiel um zwei Wochen verschoben und erscheint jetzt am 10. Mai. Der Grund für die Verschiebung ist aber nicht, dass das Spiel nicht fertig wäre. Das ist es nämlich. Sony möchte einfach nur mehr Zeit für die Produktion haben, also für die Fertigstellung der Disks und Verpackungen, um zu garantieren, dass am Starttag in allen Ländern genug Spiele verfügbar sind. Vorher gibt es übrigens nochmal einen Open-Beta-Test des Multiplayer-Modus von Uncharted 4. Dafür braucht man auch nicht mal einen PS-Plus-Account, kann sich den Kleinen kostenlos runterladen und dann um 18 Uhr am 4. März losspielen. Dann geht das ganze Wochenende über dieser Stress-Test und am Montag um 9 ist die Sause dann vorbei. Rock Band 4 kommt auf den PC, zumindest dann, wenn die Community bereit ist, dafür zu zahlen. Denn die Entwickler von Harmonix versuchen das Projekt über Crowdfunding zu finanzieren und zwar über die Plattform Fig. Da sollen 1,5 Millionen Dollar zusammenkommen, dann würde das mit PC-Portierungen bereits erfahrene Studio Sumo Digital engagiert werden, um Rock Band auf den PC zu bringen. Und diese PC-Weson soll dann alle Verbesserungen haben, die für die Konsole zum einen über Patches schon erschienen oder noch angedacht sind. Außerdem soll natürlich die Grafik etwas besser werden und Maus und Tastatur unterstützt werden. Das exklusive Feature der PC-Version ist aber, dass das Rock Band Network zurückkommt, also die Plattform, auf der Spieler und Musiker ihre eigene Musik hochladen und verkaufen können. Das soll zurückkommen und über den Steam-Workshop realisiert werden. Wie gesagt, 1,5 Millionen Dollar will Harmonix da sammeln, um dieses Projekt zu realisieren. Ein Hinweis aber noch, Harmonix erklärt, dass alle Musik-DLCs, die bereits für die Konsole gekauft worden sind, mit der PC-Version nicht kompatibel sind. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen!